außer hier jetzt sollten eigentlich jetzt sollten die überwicht dran sein hier Plastik 129 Glasfaser 31 Elektronik gar keine ich stelle hier noch was dran dass das schneller geht vielleicht macht das auch nicht hey das wird auch immer noch hergestellt selte ist das halt durch das Lackgesäff hier warum wir jetzt Flaschen bauen? achso ja durchs Sädrängen das hier nochmal wieder ran dass das ein bisschen schneller runter gezählt wird kann ich noch welche bauen? nein teuer 1,1 7 million what the fuck ja 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 kannst du figuren steckt Schussi hm jup so viel Futter nee wir können da noch ein bisschen davon her stehen komm wir stellen nochmal ein bisschen Stahl her so ran mit euch ok da waren ja auch noch die drin jetzt darf man noch was her jetzt darf man noch was her Leder jetzt darf man noch was her Königsleder ach viel zu wenig Leder na wie viel habe ich noch? einen habe ich nur noch bei mir naja komm mal mit und hier wird noch das hergestellt ja warum nicht wird mal wieder fertig ein paar zu wenig Seetank hm das dauert echt hm ach wie sushii hop 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 ja die könnte ich aber nochmal kaufen hier haben wir keine da auch nicht hm das ist ja normal die Schrift rein die Schriftrolle des Bauers 20 stück brauchen wir von dem Ding 2 stück haben wir bekommen ähhh ich weiß gar nicht funktioniert das da auch muss ich mal probieren die Schriftrolle des wie viel Schriftrolle des Bauers haben wir eigentlich hm hm what 41 können wir was versuchen steh mich mal hier ran funktioniert das dafür auch ne ok ich weiß nicht ob das so funktioniert hm 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 hier ist das denn noch 6 und können wir die wieder umziehen können wir eigentlich momentan hab ich ich habe mich grad voll gesucht könnte hier schonmal welche hin JSON nou normalerweise sollten wir keine haben normalerweise sollten wir keine haben normalerweise sollten wir keine haben moment mal abschließt voll blöd ist ja aber der kriegt trotzdem aus ein schaden von moment heute kosten um die halbe ressourcen obwohl kosten die halben ressourcen wenn die halben ressourcen kosten bauen wir noch mal schnell ab solange das läuft und das sollte eigentlich die halben ressourcen kosten wir haben 652 alles kostet 57 wahrscheinlich habe sogar mehr gesetzt als eben aber mal hier stehen bleiben kurz es sind doch nur solche paar die mir fehlen mann oh mann oh mann ich will noch ein paar mehr haben das klingt wieder geheilt und er war also nicht so okay kann die vor allem auf die hand setzen hey wieder was gefangen gehen wir gleich noch mal vorbeischauen dauert noch bis das wieder geht vier steck kann er echt noch war halt verdammt teuer ja aber die hälfte ist das jetzt nur noch passen wir das voll ja ja sind immer noch alle am arbeiten könnten halt noch ein paar mehr hinbauen so das recht ist noch kohle kohle ziegelsteine ziegelsteine phoenix stahl stahl die stahl ich aber her stehen kann jetzt nicht mehr so viel gold ok macht mal weiter plastik plastik elektronik echt dann jo macht mal fleißig weiter da oben ist ja nicht so dass hier hinten eigentlich leiser sein müsste guck wie viel gegner ich einfach so weil hier lange keiner mehr war man kann an den Börsen halt welche ran machen dann sind sie schneller hey komm jetzt müssen wir mal nach oben na ach ich bekam jetzt ich bin noch zwei noch zwei oh yeah oh yeah oh yeah hey yeah yeah hatten die ne rücksitzung ja ich kann nicht mitbekommen nee das nehmen wir mit eh gut schauen wir mal kann schon sagen dass da auch schon drückt hier ist einer ne noch einer das mitnehmen das nehmen wir nochmal mit können wir nie genug von haben na 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 was nehmen wir mit das nehmen wir mit wir haben noch so viel seetiming das können wir mitnehmen ok diesmal nicht so wirklich tief ist dabei das dauert noch 10 minuten mein handy macht ausständig woop woop was so ein bisschen nervig ist so ok 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 man kann die aus dem Metall so auch gut gehen ok gut vergessen pretty good good ok 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 found und i fessel weißt du halt schluck weißt du gar nicht für was vorhanden was brachte den weißt du dass wir noch welche haben davon so ist das nicht natürlich ging da weg hier wo haben wir den denn wo haben wir den denn weg mit euch wo haben wir den da ein stück doppelte ep erhalte voller ep und ausdauern bei einer neuen stufe her ok das war der das war wahrscheinlich tiere glaube ich hier geben mehr ressourcen tier und fehlen erscheinen neben dir ja und das war der das war der loot cocktail loot loot ok oh ok Was ist das? Was ist das? Wääh Wääh Yey Na Hai Wäääh Mann oh Mann Das ist nervig Sehr nett Ja das Geräusch auch Ich meine mit dem fein ist Oh guck mal einen konnte ich nochmal setzen Ich weiß ich bin knack Knack im Kopf Was ich ja nicht mehr machen kann ist Wääh 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 voll verrutscht mit der maus mal wieder das ist so ein bisschen nervig müssen wir auch da mal noch ein das Ich nehme die mit, die, 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 das, okay, falle ich wieder ab, so, so, ich habe Hunger, ich bin fertig, so, ich bin fertig, da unten, ouch, geht auch nicht, weil wir ein bisschen am Bein auch fertig sind, okay, ja, Tempo, hallo, Sammelwütig, von der Industrie, natürlich nicht, ich bin immer noch, zwei, ist das nervig, ist das nervig, la la, la la, ich bin so dumm, oh, man hat den auch noch mal nicht, da hat ich schon reingeguckt, da hat ich hier reingeguckt, ja, ja, wusste ich noch nicht mal, yo, okay, Plastik, Glasfaser, Elektronik, wer haben wir denn jetzt davon eigentlich, da haben wir sie, 65, ich bin ja nicht mal so viel, ne, bis wir das Ding haben, ja, äh, ja, gegen ein Stück davon noch, ein Stück davon noch, zwei davon noch, also, drei, gegen elf, und davon auch noch elf, oh man, ne, dachte ich schon wieder krieg, aber ist ja nicht, noch gehindert nochmal, hm, ich könnte ihn nochmal mal setzen, boah, dann hat das Ding wieder neue Ressourcen, die reichen, ha, 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 ich stehe natürlich am Weg, du kannst mich mal, mag, mag, so, da kann ich keine bauen, da auch nicht, da stehe ich den Weg, ok, so, zeig mal, das, sowas, sowas, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, äh, das, nicht mal viel, aber, kann man ja machen, sonst müssen wir wieder sieben Minuten warten, und, das haben wir jetzt, äh, der ist, der ist, der ist, hier, da, fällt ein, Grätscher, Mark, die ich hier wieder hinsetzen kann, hm, ne, und, ja, jetzt ist wieder alles langsamer, äh, das war mit, kommt, jetzt ist gleich wieder so, riesen Taos da drin, zack, 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 haben wir noch welche, nö, hier oben noch, der ist auch schon wieder fertig, oh, das war mit fertig, sonst werden wir noch 19 davon, sechs, ja, kann eigentlich noch, erst mal das abschädieren, machen wir mal unsere Energie höher, was wir hätten schon ganz zeitnah machen können, Fabrik, jetzt ist hier noch eine hin, äh, electronics, machen wir jetzt mal fast, wieder nicht, kommen wir da nicht, manne, das ist nervig, du, 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 was wird denn spaß mit dem schneiden ach steckt denn das halt nur noch museum museum bebautes wasserfeld ich schätze wegzäuge siegel hatte fakte ja wie lange noch fünf minuten habe ich übersehen so Bäm 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 Es ist immer noch viel zu teuer Warum kriegt man die ganzen Kristalle zusammen? Das ist doch irgendwie so ein Bug Hier haben wir auch noch einen Stream Ah guck mal Noch einer Ich hab echt keine Ahnung wer jetzt schon neu ist und wer nicht Weil die spüren auch nur durch die WUSCH 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 Ich weiß ja auch was das letzte Artefakt ist Dieses heilige Relikt Aber ja Aber ja aber ja aber ja Bäm 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 Da hat man da halt nicht rankommen irgendwann Also weil man das noch braucht Ich sehe nix die blöden Vögel ey Fick Machen wir mal die Fläche ein bisschen größer hier Guck mal Na Gib Guck mal Guck mal wie die Schönen hinter mir brav sind grad Bis da wieder was auftaucht Das man angreifen kann Bäm 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 Hier haben wir das ja auch alles Ah guck mal kann man so zubauen Das ist doch so machen wir hier noch mal zu grüne fläche brauchen wir halt noch von den ankern noch die fläche brauchen wir wollen glaube ich immer so richtig viel gespawnt haben weil solange wir gerade warten können wir das endlich mal zu bauen und wir haben gerade auch genug davon das haben wir hier nämlich auch alles das was wir brauchen muss halt vorher aber auch wieder das glück aktivieren haben wir gerade schon wieder gespawnt so zack zack du dumme Schaf geh weg da sterb weil das viel voll im weg ist konnte man da nix zumbauen klar oh man manchmal denkst du dir auch was soll der scheiß das können wir aufzubauen zack zack weiß halt gar nicht wie das jetzt hier wir haben zweimal den fox schon bekommen also gibt es nicht so viel extremauswahl oder wie weil man schon doppelt kriegen kann elmi ice cream elmi ice cream 2 wisch 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 ich seh hier hinten gar nichts weil hier alles so zu ist mit den zahlen die flächen einfach werden da durch hui hui die habe ich das habe ich okay ich glaube das habe ich halt fast fertig hier fehlt noch ich glaube die löschtürme haben dazu gezählt später durch den bober kannst ja halt alles auch so dementsprechend aufreißen muss von der lava hin vom lava fädchen noch was offenes das brauche ich nämlich äh lehrter schnelligkeit ok ne ne nix hier das nehm ich mit den nehm ich mit ich weiß nicht ob ich den jetzt auch schon doppelt hab wahrscheinlich mit sicherheit guck mal ach alter kriegt ihr wahrscheinlich die jetzt alle doppelt wenn ich dadurch jetzt schon alle hab das ist halt so die frage dafür hat er jetzt auch ein erfolg geben müssen eigentlich finde ich hab alle davon was hat ich gekauft hier noch so hui mag mich doch verarschen oder was ist das denn was ist das denn was ist das nervig grad oh magie das ist doch echt richtig nervig grad kann ich davon noch welche bauen nein nein kann ich nicht hm eh da was ich immer machen kann ist das ding hier weg die brauchen wir eh grad nicht boah war nicht der kaputt guck mal direkt da drunter war auch noch was ich glaub die stelle hier baue ich zu gib mich beim regen wogen noch deswegen gilt das grad auch so so wo haben wir die denn hier ok Macht mal, das ist schon kaputt Nö, 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 nö Wischen wir da nicht